Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Vati wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ja, heute habe ich das ein von meinen Brüdern SDP. Die bunte Seite der Macht. Limited Ultra Mini Fan Edition. Ja, ja. Hier ist das Prachtstück. Nummer 1. Nummer 2. Was soll der Geiz? Hab ich mir gedacht und hab mir direkt beides gegönnt. Weißt du, gute Musik muss unterstützt werden. Das kannst du auch ganz simpel machen. Dann bringst du Pfandflaschen weg, hilfst du Omi bei der Küche, so putzen, dies, das, kriegst du zwar nicht so, sagst du dir so, hier, mein Sohn, nimm 20 Euro und bring Pfandflaschen weg und kauf noch was Schönes sein für dich. So simpel. Naja, reingeschissen. Auf jeden Fall, Freunde der Sonne, wie ihr merken könnt, ich bin aufgeregt. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Trommelwirbel bitte. Orchester, Trommelwirbel. Naja, reingeschissen. Kein Orchester dabei. Naja, auf jeden Fall musste ich das selber machen. Freunde der Sonne, Fatih Chetian hat 150 Unboxing-Videos gemacht. Das bedeutet, er hat 150 Musikalben vorgestellt und geöffnet. Was für eine Leistung, Damen und Herren. 150 Mal. Boah, über zweieinhalb Jahre hat das gedauert, dass ich 150 Mal das mache. Das bedeutet, jede Woche einmal mindestens. Also jede Woche habe ich ein Unboxing-Video gemacht. Was für eine Leistung. Ha, krass. Naja, auf jeden Fall, wenn du es gefällt und sagst, Fatih, ich bin stolz auf dich. Gerne in den Kommentaren deine Meinung dazu äußern und sage, Fatih, du bist King. Reingeschissen. So, haben wir das abgehakt und ansonsten, genau, das muss ich auch noch erwähnen. Ich bin frisch rasiert, hashtag Arschgesicht. Nein, ich habe Popel in der Nase, reingeschissen. Das war nur Joke, egal, lass weitermachen. Das ist der Butterfly für Arme. Er zerschnüppelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Natürlich. Ja, welche Box fangen wir an, Damen und Herren, die große oder die kleine? Naja, ich fange mit der großen an. Auf jeden Fall, so sieht die aus. Ich mache die auf, die Folie. Wenn ihr dann seht, das spiegelt das so. Die Kamera ist reingeschissen. Naja, habe ich überhaupt Popel? Naja, egal. So, Butterfly macht auf. Zack, zack. Bannerback, Omback. Ja, die Box, ich schaue mal, was der Inhalt ist, wovor ich die komplett aufmache. Da steht inklusive Album-CD, zwei Live-CDs, DVD-Instrumental-CD, SDP-Gym-Bag oder Turmbeutel heutzutage, Flagge, Poster, Sticker-Set, Malbuch und Buntstifte. Wow, was für ein Inhalt, Damen und Herren. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. So, so sieht das aus. Fühlt sich, okay. Hier fühlt sich das oben, wo das Weiße ist, schön matt an. In der Mitte ist das so eher glänz-hochglanz-mäßig, so 3D-Effekt-Style. Das ist das ein bisschen angehoben. Auf jeden Fall sieht man das, wenn nicht reingeschissen. Moment. Ja, ein bisschen vielleicht, dass das hochglanz ist. Seht man das, aber egal. Auf jeden Fall, schöne Box, fühlt sich im Detail super an. Und ja, schön farbenfroh, könnte man sagen, ne? Und von der Rückseite sieht es so aus. Das Logo SDP ist da. Und ja, schön, die bunte Seite der Macht. Richtig Camouflage-Style. Camouflage, ja. Und ja, von der Seite. Von unten. Von der anderen Seite. Und von oben. Ach, hier steht ja was. Soll ich das vorlesen? Achtung, SDP macht sehr schnell abhängig. Vorsicht, der Konsum von dieser Box kann zu Ticketkäufern und mehrmaligen Konzertbesuchen führen. Falls es jedoch glücklich machen sollte, traurig zu sein und sich lieber allein schwarz-weiß zu sehen, Finger weg. Okay. Die Lieder auf diesem Album sind keine staatlich anerkannten, richtige, echten Lieder, sondern von Vincent und Dag. Dag, Dag, Dag. Ah, kennst du es noch? Dag Fanny? Dag, ich sag einfach Dag, wie Dag Fanny, Erinnerung. Kindheit. Dag Fanny in den Kommentaren, wenn ihr das kennt. Äh, selbst ausgedacht. Musik und so wie Text. Nicht in Reichweite von Vollidioten aufbewahren. Zur Herstellung der Musik auf den Tonträgern wurde keine tierische und nur wenige Menschen gequält, reingeschissen, die direkt von Vincent und Dag zusammen, äh, warte, zusammenarbeiten mussten. Hä? Reingeschissen. Ich kann nicht lesen. Naja, richtig korrekt. Auf jeden Fall, die Texte sind richtig nice und hier steht, Made in bunter Republik Deutschland Punk 2017. Hoppala. Da. Ja, hoffe, sieht man das, ansonsten reingeschissen. Ja, sonst, ja, nichts. Ich tu das mal zur Seite und mach das mir jetzt mal auf. Ich will eher den Inhalt zeigen. Wir haben schon vier Minuten. Meinst du, ich schaffe zwei Boxen in 20 Minuten? Na, glücklich. Warte, tschak, tschak. So sieht's, boah, das stinkt ja richtig heftig. Okay, so sieht die Box aus, wenn die aufgeht. Zack, tschak. Und ja, von was fangen wir an? Fangen wir mit dem, ja, mit der Flagge an. Ich mach ein bisschen schneller, damit wir halt nicht so lange Videos produzieren. Dann wisst ihr, dann habt ihr auch keinen Bock mehr irgendwann. Deshalb, naja, ich rede zu viel. Wow, das riecht auch nach Polyester 100%. Ist das Baumwolle oder Polyester? Also das fühlt sich an und riecht wie Polyester. So, oha, was für eine Flagge. Damen und Herren, eine XXXXL Flagge, was du auf deinen Nacken hängen kannst und ganz laut rufen kannst, Jippie, Schweinebacke. Okay, Spaß, schönen Grüß an den einen. Ja, ich stehe jetzt, soll ich auch stehen hier? Zack, sieht man das? Ich weiß gar nicht. Warte, ich muss ein bisschen schieben. Reingeschissen. Warte. Na ja, ist ein bisschen zu groß, oder? Ja, egal. Auf jeden Fall, die ist heftig. Richtig groß. Größer ist meine Tapete. Moment, ich muss nach vorne. Zack, zack. Und ja, keine Ahnung, was soll der Geiz? Schöne Flagge, kann man sich irgendwo aufhängen. Und ja, aber wo, wenn du so viel Platz nicht hast? Das ist ja eine Flagge. Kannst du ganz Mod Aramis bedecken? Reingeschissen. So, was ist das? Ah, das ist der Tonbeutel. Also, früher hat man Tonbeutel gesagt. Jetzt sagt man dafür, keine Ahnung, irgendwie Beck, keine Ahnung, Tashback. Reingeschissen. Riecht auch nach Polyester. Was ist das denn für ein Stoff, Alter? Riecht wirklich wie Polyester, fühlt sich an wie Polyester. Und von innen, kein Etikett. Reingeschissen, kein Etikett drin. Warum? Schämt ihr euch? Ah, nee, da ist der Etikett. Sorry. Entschuldigung. Äh, ja, Polyester reingeschissen. Polyester immer so ein Stoff, das irgendwie, fühlt sich nicht super an, weißt du? Das ist ein bisschen reingeschissen. Aber ist nicht schlimm. Trotzdem ist das ein richtig geiler Beutel, ne? Das sage ich ja nicht. Weil, guck mal den Aufdruck schon mal an. Ganz simpel. Richtig schön gestaltet mit Schriftzügeln. Und ja. Richtig geil. Nur, ich mag kein Polyester immer, diese chemische Scheiße. Das finde ich scheiße. Aber sonst alles gut, alles gut. Kein Hate. Mach kein Auge wehe. Richtig geil. Naja. Schöner Turmbeutel. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Kommen wir auf zum Aufkleber. XXL SDP. Seit 1999 macht ihr, ne? Krass. Krass. So sieht das auch. Kannst du von deinem Opi auf die Stirn klatschen. Sagst du, du bist ein Team. Du bist SDP-Fan. Warum nicht? Hier. Merch. Und Tour-Daten. Warum nicht? So. Ich mach ein bisschen schneller. Sorry. Sorry. Was hat das denn? Keine Ahnung. Hier nochmal die Tour-Daten. Kannst du aufhängen. So. Wow. Das ist ein Aufkleber, Damen und Herren. Aber eine Qualität. Du bist mittendrin statt nur dabei. Ganz simpel. Ehrlich. Heftig, heftig. Zieht euch das rein. Vielleicht sieht man die Qualität nicht auf der Kamera. Aber ehrlich. Heftige Qualität. So. Was ist das denn? Das ist ja alles hier. Hä? Moment. Ich sortier das mal. Zack, zack. So. Okay. Was ist das? Ah, noch ein Aufkleber. Das ist eher matt. Fühlt sich super an. Und ja. Kann man schön bekleben. Deine Tapete. Oder deine Tür. Was auch immer. Was du möchtest. Ach du Scheiße. Ein XXL-Poster. Der ist doch viel zu groß. Ich hab keinen Bock drauf. Alter. Wenn ihr eine riesen Flagge habt. Und noch riesen Poster. Ach du Scheiße. Du hast doch keinen Platz. Wenn du eine Zimmerwohnung hättest. Ein einziges Zimmer. Wo willst du das alles hin machen? Ich wollte jetzt wirklich sehen. Komm Scheiß drauf. Ganz simpel. Das ist. Ich sag gar nicht. Ganz simpel. Das ist das Cover. In XXL. Die Qualität fühlt sich auch super an. Reingeschissen. Das ist viel zu groß. Alter. Soll ich jetzt nochmal zeigen. Ihr wisst doch wie das Cover aussieht. Hier. Hier sieht das Cover. So sieht das Cover aus. Nur in Babushka. Extrem groß. Reingeschissen. Ich find's wirklich zu groß. Wenn so klein aber fein ist. Wo du schön an die Tapete. Oder an die Wand hängen kannst. Çok güzel. Ist Hammer. So. Jetzt kommen wir zum. Was hat. DVD. Zack. Ganz schnell. So sieht's aus. Damen und Herren. Von hinten steht ein Text. Keine Ahnung. Lese ich mir später in Ruhe durch. Und die DVD sieht so aus. Richtig geil. Und ja. Kann man nehmen. Ne. So. Was kommen wir jetzt. Buntstifte. Buntstifte. Wow. Buntstifte. Will ich auch immer haben. Jetzt hab ich welche. Brauch ich keine zu kaufen. Ich zeig euch mal eine Farbe. Ganz simpel. Guck mal. Ich sag ganz simpel. Reingeschissen. Wo hab ich mich das angewöhnt. Kennt ihr das? Ihr seht irgendwo im Fernseher irgendwas. Oder irgendein Wort von jemanden. Und übernimmt das direkt. Ganz simpel. Was ganz simpel. Reingeschissen. Mein Gott. Grüne Farbe. Grün ist die Hoffnung. Dass wir uns kennenlernen irgendwann. Hashtag Daumen hoch. Hashtag. Wir sehen uns. Also schöne Bleistifte. Keine Ahnung. Buntstifte. Die Farbe ist jetzt grün gewesen. Ja. Was soll ich denn noch dazu erzählen? Das sind einfache Buntstifte. Ich tu's rein. Fertig. Ist ein gutes Gimmick. Könnte man echt sagen. Dass es einmalig ist. Ich hab keinen Künstler gesehen. Dass der Buntstifte in die Box tut. Und ja. Buntstifte gebraucht man immer. Ja. Jetzt kommen wir zum Limited Ultra Fan Edition CD. So sieht die aus. Ich mach die mal auf. Zack. Zack. Ja. Echt. Für diesen Preis. Ich weiß nicht wie viel das kostet. Vielleicht ist das erhöht worden. Aber. Es ist viel drin. Für einen richtigen Ultra Fan. Ist es perfekt. Optimal. Wenn du es haben willst. In der Videobeschreibung. So sieht das aus. Damen und Herren. Auch der Druck ist wieder. 3D. Effekt Style. Fühlt sich glatt an. Das weiße Matt. QVC Style. Da unten her. Richtig geil. Von hinten die 1, 2, 3, 4 CDs. Wow. Album. Album. Instrumental. Live DVD 1. Live DVD 2. So sieht es aus. Zack. Zack. Und ja. Von innen. Die 2 CDs. Haupt CD. Und Instrumental CD. Soll ich eins raushole. Dann wird ja eins zu sehen. Moment. Oh, geht viel schwer auf. So sieht das aus. Zack. Zack. Und von der anderen Seite die Live-DVDs. Die zwei CDs sehen so aus. Moment. Eins und zwei. Reingeschüssen. Egal. Jetzt das Malbuch. Das Malbuch, ich zeige jetzt nicht alles. Wenn du es haben willst, wurde das. Und dann siehst du das. Also, ah, okay. Hier ein Beispiel. Hier kannst du sehen, das Malbuch. Kannst du ausmalen. Dazu sind Texte dazu geschrieben. Das bedeutet, warte, Lyrik. Ach so, von den Songs. Das sind Lyrik. Ich kann es nicht aussprechen. Lyrik-Textbuch. Ja, ganz simpel. Richtig geil. Boah. Boah. Schaut euch das mal an. Ist das Vincent oder ist das Dark? Keine Ahnung. Ich glaube, Vincent, ne? Sehen beide gleich aus. Ne, das ist Dark. Müsste sein. Egal. Reingeschüssen. Ja. Und noch eine Seite. Boah. Das ist geil. Guck mal. Sehen aus wie Digimon von damals. Dieser eine von Imperaldramon. Kennt ihr noch Imperaldramon? Stingmon. Genau. Stingmon sieht da aus. Der hier. Stingmon und Exmon. Imperaldramon. Fusion. Na ja, reingeschüssen. Ich bin mittendrin stattdessen dabei. Ja, das war's mit der Ultra-Fanbox. So sieht die aus, wenn die leer ist. Richtig geil. Und ja, zur Seite mit euch. Zack, zack, ganz schnell. Jetzt machen wir noch die Mini-Fan-Edition auf. Ihr wisst, wir sind auch Mini-Fans. So sieht die aus. Ich mach das mal auf. Boah, ich bin echt so schnell. Noch nie habe ich so schnell geredet. Und ich weiß selber nicht mehr nach 10 Minuten, was ich geredet habe. Wirklich. Was da drin ist, Album, CD, zwei Live-Instrumental-CD, ah ne, zwei Live-CDs, Instrumental-CD, ist nett dabei. Hm, reingeschissen. DVD, Gym Bag, Poster und Sticker. Okay, so sieht das aus. Ein klein bisschen. Fühlt sich auch glatt an. Also 3D-Effekt-Style. Ne, ist eher nicht 3D. Doch, 3D und matt. Das weiße. Also hier außenrum eher matt. Von hinten wieder das Camouflage-Aufdruck. Heftig, heftig. Also das ist schon das Einmalige, dass das so heftig ist. Kannst du so rum in die Vitrine stellen oder halt so rum. Also du hast beides möglich, weißt du. Und von der Seite, ihr wisst Bescheid von eben. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Und ja, das ist eher die normale Standard-Deluxe-Box-Verpackung. Ich habe gesehen, das kostet 99 Euro bei Amazon. Ne, das ist heftig. Heftig. Ah, okay. So klein. Guck mal, die Box. Warte. Sieht so aus. Hoppala, nicht runterfallen. So, zack, zack. Das ist eine heftige Box. Sei mir ehrlich. Das ist richtig heftig. Naja. Ich wiederhole mich. Die Live-DVDs bekommen eine eigene CD. Einen normalen Case. Okay. Ne, ich mache erstmal, zeige ich euch mal die Aufkleber. Diese Tour-Scheiße brauchen wir nicht. Also ihr könnt unterstützen. Geht auf die Tour. Sticker in klein. Tour-Dartin in klein. Aufkleber in klein. Halt perfekt für die Form von der kleinen Box. Riecht nice. Die Aufkleber nochmal in klein. Auch geil. Auch die Qualität ist hochwertig. Du bist mit dem Richter nur dabei. Und ja. Ansonsten. Abo. Ist das auch ein XXL-Poster? Ja. Ne, nicht so groß. Das kann ich zeigen, glaube ich. Warte, chill. Ich habe es gleich. Ja, das ist eher ein kleineres Poster. Nicht wie der, äh, mein Mund. Das ist ein eher kleineres Poster von der Sonne. Auch die Qualität ist hochwertig. Und ja, der andere ist noch doppelt so. Also zweimal so groß wie das. Oder einmal. Fischig heftig auf jeden Fall. Könnt ihr schön, das könnt ihr schön an die Wand hängen. So. Ich bin echt kaputt, Alter. So viel Unboxing-Videos, wie ich mache. 150 Stück, Mann. Respekt. Auf jeden Fall, hier ist es geknickt. Das ist jetzt reingeschissen. Das war schon von der Verpackung so. Das ist mies. Naja, können ja nichts die Künstler dafür. So. Kommen wir zum Turmbeutel. Hier ist auch ein Turmbeutel dabei, Freunde Sonne. Also zwei Stück. Und ja. Wenn ihr es haben wollt, komm, ich verlos eins. Heute ist der 150. Unboxing-Video. Ich verlos eins. Abonniere meinen Kanal. Heute muss ich das erwähnen. Ich weiß, sonst mag ich das nie. Abonnieren. Also Fan sein. Ultra-Fan sein. Daumen hoch zum Video. Und schreib in den Kommentaren. Warte, wir sind jetzt in dieser Minute. Schreib mal was. Ja, was kann man denn schreiben? Warte, ich überlege ganz schnell. Hashtag Telefon. Also Haustelefon nicht schreiben. Nur Telefon. Damit ich weiß, dass du bis hierhin geschaut hast. Und ja. Und ich suche mir einen aus, die Tage. Und dann verlose ich dir das. Diesen schönen Turmbeutel. Warum, was soll ich mit zwei Stück, weißt du? Auf unseren Nacken. Ja. Du wirst das haben. Du kriegst das. Hashtag Telefon. Und das war's. So. Und natürlich Abonnent sein. Die wirst diese Scheiße. So. Machen wir das auf. Geht schwer auf, die Scheiße, ey. Was ist das? Oh. Wo ist hier? Gibt's keine Öffnung oder was? Diese CD geht nicht auf. Warte, chill. Ich hab's gleich. Ah. Reingeschissen. Ich hatte mich fast verschnitten. Ich hab's schon 17 Minuten. Ach du Scheiße. Wer guckt das Video an? Ja. Die treuesten Fans. So. So sieht das aus. Da ist nur die Live-DVDs drinnen. Richtig geil. CD 2. CD 1. Und Booklet. Oder was? Nee, das ist kein Booklet. Hier ist nur halt das Cover drin. Weißt du? Ganz simpel. Zwei Stück. Richtig geil, dass sie extra einen Case reinmachen. Richtig korrekt. So. Jetzt kommen wir zum Hauptalbum. Aber die ist nicht im Case drin. Das ist eher so, ja, Pappschuber-Case. Doch, ist ein Pappschuber-Case. Könnte man sagen. Und, ja. Ist auch mal was Schönes. Weißt du? Ein bisschen umweltsparen. Recycle-Dies das. So sieht's aus. In der Mitte hochglanz wieder. Fühlt sich 3D-Effekt-Style an. Von außen ist das eher nicht matt. Aber rauer. So halt, ne? Und, ja. Das finde ich scheiße, dass das nicht aufgeklebt ist auf der Folie. Dass man es nicht abmachen kann. Was soll der Geiz? Von hinten die Trackliste. Wie viele Tracks sind das überhaupt? 17 Stück. Okay. Nicht schlecht. Mein Lieblingssong war, äh, Song war Bullen, äh, Schweine. Diese Andeutung. Doppel-Rhyme mäßig. War korrekt. Featuring Sido. Prinz P-Feature war auch krass. Echte Freunde. Friendzone. Äh, nicht mein Problem. Remix für Timi Hendrix. Timi Hendrix. Intro war korrekt. Und, äh, leider wieder war, das Video war korrekt. Ha, musste ich lachen. Leider wieder da so reingeschissen. Ich bin da. Oh, nackter Mann. Spaß. Äh, sonst weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hab alles einmal angehört. Ne, zweimal angehört. Einmal gestern Abend und einmal heute Morgen. Digital unterstützen, natürlich. Ich hab digital zwei Dinger. Alter, was los? Ich krieg 50% von euer Umsatz reingeschissen. So sieht die CD aus. Das schöne Bild. Und, ja, hier ist die DVD noch dabei. Also, drei DVDs. Zwei Live-DVDs und ein extra DVD. Und Booklet ist hier hinten drin. Moment. Moment. Also, hinter dieser, was steht da überhaupt? Credits. Achso, hier stehen die Credits. Okay, ist auch mal eine Idee. Nicht die Credits. Ah, die Credits stehen auch hier. Ich dachte schon. So, zack. Ja, das ist genau das Gleiche, was im Malbuch drin stand. Nur mit Bild, also die sind ausgemalt. Das ist eine gute Inspiration, wie man die ausmalt. Richtig korrekt. Die Tour-Daten. Und, ja, von der Sonne. Das war's mit dem Video. Wir machen glatt 20. Abonnieren meinen Kanal. Ihr wisst, Gewinnspiel auf unseren Nacken. Ansonsten, yalla, wir sehen uns. Unterstützt gute Musik. Ihr wisst, Fatih ist der Beste. Tschö. Und ihr seid die Besten. Reingeschissen. Haha. Macht's gut. Gut. Tschö.